Moin Leute und wieder herzlich willkommen bei einem weiteren Video bei Zurück zum Garten live. Mir wurde wieder eine Frage gestellt von euch als Zuschauern und schauen wir mal rein, von wem sie heute kommt und wie die Frage lautet. Und hier haben wir auch schon die Frage gekommen von Maximilian. Hey Dennis, wollte nur mal fragen, ob du dir vielleicht mal Hühner, Enten oder andere Tiere zulegen willst. Finde deinen Kanal super, mach weiter so und viel Glück weiterhin. Liebe Grüße Maximilian, besten Dank für die Frage und auch besten Dank natürlich für die Glückwünsche. Ja, zu der Frage mit Hühnern, Enten, andere Tiere, theoretisch ja, praktisch aber irgendwie nein. Wie komme ich jetzt zu der Aussage? Also ich selber habe zwei Schildkröten, einmal eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte und eine griechische Landschildkröte, sind natürlich in dem Sinne keine Nutztiere wie Hühner oder etwas dergleichen, über die ich tatsächlich schon nachgedacht habe. Enten jetzt nicht, also früher bei meinen Eltern im Haus, da hatte ich Gänse, Hühner und ein Schaf hatten wir auch mal kurz, aber das war mir so zur Pflege. Aber Gänse und Hühner hatten wir, die Gänse waren mehr so aufpassermäßig unterwegs, aber die haben alles, entschuldige den Ausdruck, aber die haben alles zugeschissen. Waren coole Tiere, aber die haben wirklich, also die haben wir auf einer Wiese gehalten, das hat echt nicht lange gedauert, da war von der Wiese nicht mehr wirklich viel lieber und die war groß. Also es waren bestimmt zweieinhalb tausend Quadratmeter oder so, auf denen diese drei Gänse, die wir hatten, unterwegs waren. Aber gerade so die Eingangsbereiche, wo man immer durch wollte wegen Füttern und sowas, da haben die halt immer einen hingesetzt und irgendwann, ja was heißt, war ich froh, als sie weg waren, aber als sie dann ihr Alter erreicht haben und einfach von alleine sozusagen dahingeschieden sind, also sind nicht geschlachtet worden oder sowas, die hatten einfach sozusagen ihr Aufpasserleben bei uns. War auch soweit in Ordnung, aber danach war es dann auch gut und ich würde auch nie wieder neue holen. Und zu den Hühnern, ja Hühner hatte ich auch, ich hatte zehn Stück inklusive einem Hahn, das hat auch ewig gut geklappt, die haben auch noch mehrere Eier geliefert, also war soweit ganz schön. Aber jetzt im Nachgang, also jetzt, das war, da war ich 16, 17, jetzt wo ich mein eigenes Grundstück habe, muss ich sagen, hier werde ich wahrscheinlich keine Hühner halten, das liegt einfach daran, dass das Grundstück zu klein ist, ja ich weiß, zweieinhalbtausend Quadratmeter und zu wenig Platz für Hühner, ja ist einfach so, also mein Garten ist komplett verplant, also ich habe einen ganz strikten Plan, wie der Garten sich entwickeln soll, wo der hingehen soll, klar, kleine Variationen gibt es immer, aber in diesem Gartenbereich, so wie ich ihn geplant habe, ist für Hühner oder andere Tiere einfach gar kein Platz. Und dementsprechend, meine Schildkröten, klar, die werden integriert, aber der Rest, das war es dann. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, mein Nachbar besitzt praktisch ungefähr dieselbe Größe wie ich, mit so einem L-Gang und der hat noch einen alten Hühnerstall, da ist momentan nichts drin, das führt so hinten in so einen kleinen Waldstück rein, weil bei uns hier der Habicht, wir wohnen hier im Habichtswald, also dementsprechend, der Name ist Programm, hier fliegen bestimmt fünf bis sechs Stück jeden Tag über einen rüber und da sind die Hühner dann doch recht gefährdet, aber in diesem Waldstück würde das dann funktionieren, haben wir uns mal vorgenommen, ist aber bis jetzt noch nicht eingetreten, aber wer weiß, wer weiß, alles kann, nichts muss. Also von daher, Maximilian, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, es kann sein, dass es mal Hühner geben wird, andere Tiere denke ich eher nicht, mit meinen Schildkröten bin ich gut bedient, irgendwann wird vielleicht nochmal eine große Landschildkröte hinzukommen, aber das ist auch ein hoher Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen darf, aber das wäre noch so ein Traum von mir, mal so eine Spornschildkröte mit einem guten Meter Durchmesser, das wäre schon, also ich bin schon ein Schildkröten-Fan, aber Hühner eventuell auch, aber dann wahrscheinlich nicht alleine. Aber wer meinen Kanal verfolgt, wird das Ganze natürlich mitbekommen. Und wenn auch ihr eine Frage an mich stellen wollt und mit so einem Video beantwortet haben wollt, dann einfach an frag-zurück-zum-garten-at-gmail.com diese Frage stellen und dann landet ihr hier im nächsten Video. Und nicht vergessen, hier unten Kanal abonnieren, Like-Button drücken und wir sehen uns bei der nächsten Frage im nächsten Video. Ich bin raus, bis dann, ciao, ciao, ciao.